Die wieder zu die Schotten, die ich vorstelle am Highway, jetzt geht's los, dann rollen wir mal. Servus, grüezi und hallo. Dann rollen wir mal, ich lasse mich mit Ihnen entspannt, fangen wir an. Schauen wir mal, was Sie wissen alles auf der Rand, Freunde. Let's do it. Herzlich willkommen an Bord, Freunde. Herzlich willkommen im hinksten, transportablen Gio-Trap-Tau der Welt. Ja, wir fangen jetzt mal ganz gemütlich an mit drei Metern. Kurze Gesichtskontrolle, Freunde. Der ein oder andere von euch sieht noch ziemlich gut aus, ne. Ihr habt euch jetzt richtig schön ins Zeug gelegt, ne. Ne, Moment. Kleine Korrektur an dieser Stelle. Der ein oder andere hat es zu suchen, ne. Ja, wir arbeiten noch daran. Jetzt machen wir euch zu richtigen Männern aus. Acht, rückwärdig. Ganz gewinnig in entspannt, fangen dann mit 40 Metern, damit sich auch der Wagen dran gewöhnen kann. Jetzt geht's los. Die haben das so laut gemacht. Hier geht's, damit ihr die auch bloß oben noch hört. So laut, hier geht's los. Jetzt geht's los. Fertig. Jetzt sind jetzt einmal im Jahr, dass die Lagerhalle geholt wird. Ich glaube, da sind schon ein paar drin, oder? Lass uns nichts erledigt. Lass uns nicht erledigen. Oh Gott! Viva Las Vegas! Herr Viva Las Vegas! Ja, hier sind wir jetzt gar nicht so anzuschauen, wie so kleine verlogene Wackeltackels. Wir sind noch nicht so ganz fertig. Das, meine lieben Mann, 40 Meter mit Bremse, das war unser allererstes romantisches Date. Ihr habt aber heute Abend mit mir ein Doppeltate gewucht und das machen wir jetzt. Für Technikbegeisterte schauen einmal ganz nach oben, euer Taxi ist verdämlich unterwegs. Achtung, zudem werdet ihr jetzt Vater und Mutter vergessen, aber das, was jetzt kommt, niemals. Achtung, wir können frei für meine zwei, jetzt geht's ganz nach oben. Und zwar daheim für die Geister, Toben und Los! Hey, Mara Carina! Dieser Schirmwald hier, oder? Schirmwald. Das ist so ein Transport, nur mit so Sonnenschirmen. Alter, du hörst den echt, das würdest du aber uns zu Hause noch hören. So laut sind die Jingles. Über den Gladiator hochzufahren ist schon... Echt? Sieht man den? Ah, da fahren die ganzen Umzugswagen da hinten. Ach, wie cool. Die fahren da um die Kurve. Das ist so. I believe I can touch the sky. Sobald er hier oben ja sogar Boxen hat. Funktionierende. Guck mal, da kommen wir ja ins Schiff. Ben! Juhu! Ben! Juhu! Wir könnten noch Big Monster fahren heute. Guck mal, da ist Schalke. Da kommt der Regen. Da kommt der Regen. Und Polizei. Da kommt der Regen. Das ist nicht so meine Musikrichtung. Weißt du? Das ist nicht so meine Musikrichtung. Weißt du? Ich würde noch mal los. Drei, zwei, eins, hau! Woah! 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 Ihr habt den Hanging Over! Woah! Woah! Und den habt ihr jetzt sogar ein Leben lang. Dankeschön! Die Bürger öffnet sich dann automatisch nach vorne geht's dann raus. Wenn auch im Laufe, der gibt sich zu den Ausgängen. Ich sage vielen Dank! Ich sage lieben Dank.